so willkommen zurück schon mal lieber stream es tut mir leid das war gerade ein bluescreen den wollte ich tatsächlich nicht machen ich gehe dann auch direkt schon mal in den discord der ist nämlich jetzt gerade aufgeladen also ewig nicht mehr auf humble wizard das ist das ist bei epic damit fassen wir zusammen wir haben die mission geschafft tatsächlich ohne also obwohl wir einen mitspieler wohl offensichtlich permanent verloren haben wo auch mal becky jetzt hin ist und beim streaming richter plus tweet hat wieso das auch mal passiert ist aber nachdem es jetzt das zweite mal diese woche ist wenn ich morgen wohl mal den durchchecken dürfen und am wochenende weil das letzte mal ich habe verstanden die paneltaste wechselte was mal wieder die wärmeleitpaste wechseln das könnte sein ich meine es ist ja jetzt dann doch ein wenig wärmer und ich vermute mal dass es damit zusammenhängen könnte also ich habe das ist ja das kann man anhand der sensoren und eigentlich feststellen ob er zu warm geworden wäre sollte man ja aber ich hoffe auch einfach dass da das das windows ereignis log ein wenig auf die sprügel hilft mit was es aus mit was die kiste ausgestiegen ist das hat an meiner karte das ist ein guter punkt den checken wir doch jetzt gleich mal also ich bin bei cpu 68 cpu 76 völlig normal cpu bin ich bei 70 und die gpu auch bis also 72 das ist aber für den rechner eigentlich auch normal gpu 49 und dem streaming rechner vom streaming rechner dann ist es nicht die temperatur offensichtlich nicht ist ja überhaupt an fragen wir mal so ja ja schon seit ein weilchen den habe ich heute nachmittag dafür benutzt und sachen zu rendern also der hatte der hatte schon heute nachmittags stress gestiegen ist dann dann würde ich eher auf irgendwas anderes speichertest ganze nacht wie immer klassiker ja entweder das oder es ist ein plattenfeder oder zum beispiel der razer updater der sich gerade in den vordergrund schiebt denkt sich dass da irgendwelche die themen sind themen sind ja perfekt und da geht man kurz aus dem zimmer und hier bricht alles zusammen ja gut dass du darfst einfach den stream nicht verlassen ja du bist schuld na toll das ist die bestrafe fürs lurken nein lurken ist vollkommen okay aber das ist die bestrafung für nicht dabei sein während du lurkst immer verlassen richtig das geht hier gar nach dem text jetzt mal nicht nachdem lecky nicht da ist eine runde während der ball ist alles klar wenn jemand hat es noch nicht freigeschaltet würde ich sagen machen wir jetzt einfach mal das du hast ein das ist eine axt in den kopf ja never felt like besser äh better gut zu wissen wird es eigentlich immer schlimmer das nicht mehr prima trinkt auch das mal ne diesmal wird es besser ja das ist ein outfit das hätte ich gerne auch über die bisschen sieht ja gut aus oder Raiden wins doch alles zu tun ja gut ich will euch nicht mal kennen das dumm ist ich kenne jetzt nicht mal nachgucken was für offen ich habe weil er zeigt mir ja nur meine normalen an richtig weh wir werden uns überraschen lassen ja aber das bedeutet mit dem blue screen ähm wir versuchen das heute einfach nochmal weiter zu machen das wäre weiter äh heute einfach nochmal eine ruhe durchstream und morgen nachdem die rollenspielsession morgen so wie sie ausfällt werde ich morgen schon einfach den Rechner checken achso weil joe nicht kann ja genau joe hat morgen joe kann morgen nicht und äh ja so schauen wir mal was mehr da für mich ich habe einen Flammenwerfer und das zweite für die Mikrowelle das ist ok ich habe die gleiche Überwaffnung wie eben die Granate weiß ich noch nicht und ich meine Standarddaffen den Nemesis ja falls der Nemesis drin ist verstehe ich ja falls der Nemesis drin ist verstehe ich den Nemesis operativ und zurück zur Basis erwartet eine hohe Investition und versucht nicht zu messen wie deine vorherigen Kollegen wir haben noch nie was abgemessen ja wir haben nie was abgemessen richtig wir schätzen wo geht's denn hin keine Ahnung in eine der Richtungen aber wahrscheinlich Richtung Otter bei mir sieht doof aus ne ne hier ist Ende Gelände das sieht eher nach einer Grabenstelle aus als meine Ecke hier hier gibt's auf jeden Fall Nitra das nehme ich mal mit oh warte mal ja ein Goldengut ja deswegen hab ich den jetzt mal ein nice er da ist ne da geht's irgendwie auch nicht weiter ich darf nur 45 Gold mitnehmen ja dann war's wohl ein random Dings dass ich die 5 beim Perk bestimmt ja der auch wenn die meisten hier geht's weiter hier geht's weiter ich hätte später da oben ich hasse das äh kein Problem kein Problem geht's bitte sehr hier wo wird's wo wird's so lang da oben ok ja ah ich meine Betsy ne das ist keine Betsy das ist ne Dings der Nemesis ah ja beides nervig jetzt hat der Razer-Updater auch mal festgestellt dass er fertig ist bah auf die Rockbox na willst du bestellen bitte sehr direkt geben drei halbe an aber Pilz seid ihr beide oh ja was ist das ach die ich hasse diese Granate du bist hier nicht er wünscht gehe nach Hause aka sterben Chris oh nein das ist die Nemesis ähm ich weiß was für uns gefunden hat au es hat mich gekrapscht mich auch das hat ein Schild na gut dann kannst mich ja ich würde mich nicht mehr grapschen das hat drei Arme oh es hat mich gekrapscht nein doch nicht oh nein oh nein oh nein oh nein legen sie weg wie fuh' ihr anders aus? na nö ich glaub die Social Distance aus ey das tut doch ey hier ein anderthalb Meter Abstand was soll das? Social Distance hallo würde das Fußvolk willst du jetzt grad die Füße still halten? also schritt die Welt fliegt irgendwo rum ja 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 Moment die explodiert auch gleich wenn sie fällt ja ja die explodiert ja ja die explodiert jetzt kann mein Dex holen äh äh hieweif bitte hieweif ha nur Tachi Tachi genau wirklich scharf mit schreien ey die Rock Pucks zu Ach, Feuer geht auch. Was ist das da unten? Warum ging das gut? Will ich das wissen? Hä? Nein, ich will es glaube ich nicht wissen. Ich gehe in die Richtung Sammelbühmchen. Oh, tachy tachy. Können Sie auch nicht anzusprungen, bitte? Können Sie aufgeben, nach mir zu greifen, bitte? Das ist unhöflich. Was macht das mit ihm? Ja, die Beinchen. Ne, das war gerade ein Windows-Zeichen. Warum? Weiß ich nicht. Hab ich ja Windows. Fragst du die falschen zwei? Ja, ich weiß. Diese Kugeln sind merkwürdig. So, nee. Keine Ahnung. Es hat mich gekrapscht. Ich bin gekrapscht und ich hab nicht das Anti-Krapsch. Ich werd gemampft. Der Otto war da. War super. Der kann doch auf den Fall nach unten. Hab mich noch so ein Bakteria gekrapscht. Voll. Voll. Okay, diese Bomber sind ein bisschen von der anderen Welt. Ach, was ist mit der Brennung? Oh, Bitt, du Rekord. Oh, Teilchen-Ketter-Gamer, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist und ich hoffe, es geht dir gut. Oh, da ist der Kapitän, der Kugel. Oh, komm. Ich kann nicht glauben, dass der Rockpokk hat Airborne geworden. Der Spruch ist neu. Ja. Okay, das Monster ist auch neu. Aber ich fürchte ja, wenn wir jetzt schon noch mehr Rockpoksige Sachen haben, wird die nächste Season noch Rockpoksiger. Habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Einen Rockpoks mehr drauf. Ja. Ja. Ey, Alter, auf. Mit den Rockpoks ein bisschen unkreativ noch letzte Season. Ja, eine Season finde ich ja okay, aber die zweite... Ja, deswegen sag ich ja. Jetzt kommen noch diese... Die Dings. Ja, die haben die Dings auch. Oh, ich dachte, die sind jetzt wenigstens in den Back. Die sind auch nicht wirklich kreativ. Ey, ich freue. Ich war außerhalb des Kreises. Das hat den Kreis nicht interessiert. Gott. Hallo, würden Sie mich bitte nicht beißen? Ich bin ja gerade im Fernkampf. Das ist ja noch einer. Oh, perwärts. Oh, ich bin ja gerade. Ist eigentlich 4 auf 2 runtergestellt, jetzt wo Blacky weg ist? Das erklärt, warum wir so lange übernehmen. Nein! Okay. Das erklärt, warum wir so lange übernehmen. Nein! Und ich sag nur, außer Dick. Das ist das. Möchtest mich auch noch für die Zuschauer? Ich danke dir für das Kompliment. Ich hoffe, es war ein Kompliment. Ich hoffe, du magst auch Kronen. Hahaha. Und in den Zuschauer arbeiten wir ja noch. Hahaha. Komm schon sehr, du bist so. Wir brauchen ein bisschen junk. Hopp. Ab mir geht's! Ab mir geht's! Ab mir geht's! Vielen Dank.